Selten in einem herausragenden Jahr macht Rodolphe de Pince von Chateau de Montfaucon einen ganz speziellen Wein nach alter Manier von seinen allerbesten Partien, wo er sage und schreibe 18 Rapsorten aufs Mal zusammen vergärt. Das gibt einen ganz faszinierenden Wein, der vergleichbar ist mit grossen Chateau de Montfaucon, sehr charaktervoll und extrem lagerfähig. Das Gute ist, er ist intensiv, kräftig, aber er ist viel frischer als viele Schattenhäfte in Pappen, die manchmal schon ein Problem haben, dass sie schwer sind und anhängen. Der 2017er, den wir hier haben, ist wunderbar ausgefallen, hat seine erste Trinkreife erreicht, aber wird natürlich auch noch besser, wenn man ihn in zwei, drei Jahren nicht gelassen lässt. Heben tut er sehr gut. Ein sehr schönes Finesse-Riches Boutet. Ein kräftiger, aber sehr eleganter, vielschichtiger Geschmack. Sie dekantieren es vor dem Konsum. Ein tolles Wein. Ein tolles Wein. Ein tolles Wein. Ein tolles Wein. Ein tolles Wein.